Die Barbecue Master Cook in Wood Wood Chunks gibt es in verschiedenen Geschmacksrichtungen. Diese Wood Chunks werden aus Baric, also Holzfässer, gemacht. Je nachdem, was in diesem Fass drin war, hat das einen anderen Geschmack. Diese können Sie dann direkt über die Glut drauf tun, um zu räuchern. Sie werden 2-3 Stunden vor dem Fass in Wasser eingeweicht. Wenn Sie sie nachträglich nehmen wollen, können Sie sie über unseren Chipfeeder in den Grill einführen und über Kohle ausdrehen. So, Sie werden 10 Stunden, auf der Bache in Wasser geöffnet werden. So, Sie werden viele St umgelegen und überführen.